Life is a bitch, but I bet I get that bitch wet We've been going on for too long Ain't get enough for the shoe on Really ain't nothin' enough to drive that Jones, barbecue, foot, massage Jones, barbecue, foot, massage Better come down here, get some of this shit Ah, ja, warte, ich nehm auf, Moment Warte, äh, ich bin gleich, ich, jetzt, äh, Moin moin, unterdunter, daunt euch herzlich willkommen zu Smite, von WDW, das war WDW, äh, kleine technische Schwierigkeiten, irgendwie meinte Bandicam die ganze Zeit, ich muss nicht aufnehmen und mich aus dem Spiel rauszuwerfen, aber ich bin jetzt wieder da, Webcam funktioniert jetzt übrigens, eigentlich sollte es immer funktionieren, denn ich habe eine Möglichkeit gefunden, gepriesen sei Bandicam und meine Dummheit, ähm, deswegen bin ich jetzt so Level 1 und Hubel Level 3, wir sind jetzt schon eine Minute im Game, bitte preist nicht Hannes Dummheit, richtig, äh, ich spiele übrigens meinen alten Main-Rama, weil der absolut ist, gewafft wurde, zumindest hat er uns gestern absolut zerstört Na gut, Schaden, ne? Was? Vor allem die Boots wurden gewafft, und das ist sehr, sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob der, ich weiß halt nicht, ob der schon raus ist. Ach so, ja, stimmt, hattest du erzählt, hast du gereicht. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Ja, die... Du kannst ja sonst gleich mal lesen einfach, ob es da steht. Richtig, die Ninja Tabis machen jetzt, ähm, geben jetzt 100 Mana dazu und, äh, mehr Attack-Speed anstatt 15-20%. Ja, und das ist eigentlich schon ganz cool. Ja. Die haben auch alle, die haben auch alle, die haben auch alle, die haben auch alle, also wir stehen schon 4-0, ne? Lose. Ähm, Das wollte ich jetzt sagen. Stimmt, die haben auch die, die Tank-Schuhe, haben die auch, äh, neu gemacht. Oh, das hab ich, hast du mir noch nicht erzählt, das hab ich auch noch nicht mitgekriegt. Ne, die haben einen neuen Effekt draufgekriegt. Ja, im hier geht Bolz-Deep, Alter. Okay. Okay. Okay, ja, danke. Oh, ich hab keinen Mana mehr! Scheiße, sind sie dich in den Tower-Range gezogen? Komm mal her. Genau, wollte ich auch grad machen. Oh, okay, wir kriegen einen Gang. Was zur... Oh, dieser kleine Lappen. Oh, nein! Richtig Kohannis, der Junge! Stellt sich hin, einfach mal um sie alle. Bis dann. Ja, ist ja okay. Was ist das für ein Geräusch? Wie? Äh, ich muss ja zugeben, der zwölfjährige Junge kann spielen. Spitanathus. Ja. Eben der. Woher man weiß, dass, äh, Leute, äh, zwölf sind in Spielen, Name und was sie spielen. Ja, genau. Ist ganz wichtig. Und dann vor allem so ne Korrekturen. Ja. It's not called Longlane, it's called Duolane. Richtig. Ich weiß es besser, weil ich zwölf bin. Und was auch ganz wichtig ist, es ist nicht nur der Name, sondern auch wie der Name geschrieben wird. Ja. Also man kann das... Notice me, Senpai! Man, äh, man kann das ganz gut mit, äh, den Schurken in World of Warcraft vergleichen. Da ist das ähnlich. Also die haben Namenskompetitionen aus Killer, Night, Shadow, äh, Killer, Night, Shadow, Assassin, oder, und noch irgendwas. An dieser Stelle viele Grüße an Luis. Richtig. Und da nicht nur alle Kombinationen auf sämtlichen WoW-Servern, äh, aus, äh, schon benutzt sind, geht natürlich auch, äh, Falschrecht, Schreibung, Liedsbrick oder Axons. Axon de Gu, äh, de Gu, Beste. So, ich hab irgendwie Bock auf den Boy. So ein Bastard. Ja, war doch klar. Ja, war's. Oh, guck mal. Oh, er hat seine Pyramide gesetzt hier. Juckt mich nicht. Don't give a fuck, ey. So. Guck mal. Das Schöne ist, er ist schon wieder nur Half-Life. Das heißt, wir haben ihn etwas zermürbt in der Zeit, als sein Tank nicht da war. Das ist verdammt gut. So. Na, Vorsicht. Ah, das ist gut. Junior kann da rücken. Okay. Hi. Nice. Ja. By the way, hi. Vielleicht hab ich ihn gestealt. Ganz vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das ist unsere Lane. Ja. Das steht dir zu. Aua. 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 So, mein Freund. Ich hab aber leider wieder gar kein Mana. Das ist mein Problem. Wie wärst du damit? Wow. Geiler Team. Absolut geiler Team. Und er ist tot. Ja. Ja. Der Ulti geused for nothing. So, ich geb immer. Ich geh mal back. Ah, der Surrender in 10. I see it. Ja, das ist ne kurze Folge. Now. Wow. Ähm. Dienische Turboscher zerstört? Alter, unser Solo-Laner eskaliert. Ne, haben sie noch nicht gepatcht. Ah, ne. So, ich will aber jetzt mal was versuchen. Ich geh mal auf ein anderes Bild, da das ja die absoluten Naps sind. Ähm. Hat er ja eigentlich für Items, der Boy. Hab ich den. Wow. Der geht halt auf Transistenz. Der hat noch nicht mal die Basisschuhe. Nix hat der. Ja, ich hab jetzt auch jetzt gleich die ersten Schuhe und hab mir die Bootschmiede geholt. Wenn ich mal was probieren. Ja, hier ist was drin. Ein bisschen experimentieren sollte machbar sein. Loil. Stirb, jetzt weiß ich wieder was die Schuhe machen nach dem Patch. Die Schuhe, äh, jedes Mal wenn du gehittet wirst, kriegst du einen Stack, der deine Protection, also beides hochskillt. Um, ich glaub, 30% oder so. Und davon hast du 6 Ticks, die 6 Sekunden halten. Jedes Mal wenn du einen 9 Tick kriegst, äh, startet der Tick wieder von 9. Loil, absoluter Rape, ey. Tschüss. Kev wollte ja nicht mitspielen, der muss uns werden. Ach komm, das... Junge, Alter. Alter. Die werden mir richtig gecarried hier, ne? Ist das traurig. Geht, ne? Also wir würden die auch alleine für dich machen, so ist es nicht. Auf jeden Fall. Kriegst du vielleicht wieder die Warnung, dass du zu viel Gold hast? Ja, hinten noch 150 Gold. Der will helfe. San Bukong? Ja, ja. Tarnatus geht schon. Geh mal weg. Ja, mach mal. Das ist wie ein Kack-Loot, der Typ. Kann ja nur sterben. Ah, da kommt Anur. Geh mal weg, du bist alleine, denk dran. Wer ist eigentlich der eine, der einmal gestorben von uns? Ja, gerade eben. San Bukong, beziehungsweise so ein Dude. Mäh. Diesmal bin ich nicht 100% der gerienischen Kills. Ja. Ich moonwauke voll krass zurück. Ah, okay. Oh, lol. Wie er nie safe spielt, wenn er alleine ist. Ich wollt gerade... Das... Ja, warte, ich rette mich nach oben. Wie er nie safe spielt. Ja, pass auf, ich hab das auf Aufnahme, du Hurensohn. Er kam an mich ran geblinkt, hat seine Wall gemacht, hab mich eingefroren. Ich hab dummerweise da drei gedrückt und ich kam nicht mehr weg. Also halt dein Maul, du Hurensohn. Du Hurensohn. Ich hab dich übrigens auch gerne. Du Hurensohn. Ich mach Party auf deinem Grab. Keine Zeit hab ich schon gehört. Ist das gut? Dann kam an so ein Triebe. Danke. So, ist hier mal ne Wave oder sowas? Ist ja voll korrekt. Nee, okay, dann nicht. Ich denke, regelt das. Rechts auch, Junge. Oder rechts, ähm. Was ist da los hier denn? So. Ja. Irgendwie Bock auf diesen Anur, ne? Ich hab mir mega auf die Klöten. Vor allem auf die linke. Aufs linke Ei geht er mir ein bisschen mehr als aufs rechte. Warum? Weil du linkslastiger bist? Nein. Nein, ich hab's auch nicht mehr so. Oh. Oh. Oh, danke. Das ist okay. Das ist okay. Das ist absolut okay. Oh. Das hat er nicht mal weggemacht, ne? Würde ich mal sagen. Alter, ich guck gerade. 470? Ich stand's ja mittendrin, ey. Alter. Ich wollte gerade meine Ult zünden, ne? Ich war weg. Die haben gewordet. Alter Schwede. Da kam gerade, äh. Da hat was und so. Da kam gerade angeflogen, ey. Die haben gewordet. Was ein Zigeuner. Da war ich zu langsam. Eine Sekunde, ne gute. Alter, der Dive, ey. Richtig greedy. Oh, Mann, ich hab doch extra meine Ulti angemacht. Hurensohn. Richtig greedy. Warte mal. Die Typen gehen ja... Ja, war so klar. Das war ne kurze Folge. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Das wär gut gehen. Ciao. So. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu... Smite. Also, Moin, Mann und Herr Lothar. Dankeschön. Willkommen zu einer neuen Folge. Smite 5 gegen 5 von mir, dem Mann. Das ist auf Hobertus.rp. Huub ist auch dabei. Der ist gerade pissen. Ich muss jetzt immer quasi im Champions Select schon aufnehmen. Weil, äh. Sonst fliege ich. Sonst nimmt es entweder gar nicht auf. Oder wenn ich zu oft drauf drücke. Disconnecte ich in Smite. Und deswegen, äh. Mach ich das nochmal. Immer jetzt im Champions Select. Ist ja auch nicht so stimmt. Können wir ein bisschen, äh. Schon mal die Gegner sehen. Oh, scheiße. Uiuiui. Äh. Ich spiele übrigens Medusa. Gerade. Weil, äh. Ich muss riechische Götter spielen. Und Hubert ne Mirror Lane. Oh, stimmt. Hubert muss sich jetzt beweisen. Wie auch immer. Und, äh. Guck mal. Niemand. Ich hab schon aufgenommen. Deswegen. Achso. Dann hi alle. Ähm. Aber wir haben, äh. Da. Da jemand in nem Gegnerteam, der. Oh nein. Tanator Seelen. Was ist da? Iiii. Ja. Aber guck mal auf den ADC. Oh, Skadi. Ey. Das ist ja wirklich eigentlich unsere alte Kombi. Was heißt alte Kombi? Das sind unsere Mains, mit denen wir jetzt gerade nicht spielen, weil wir Quests machen wollen. Ja. Ich spiel den. Du spielst. Ja. Du spielst aber auch nur für die Quests. Ja. Ah. Ich spielst grad auch nur für die Quests. Ich hätte die Gärtser fickt mit Kerpisgadi gegen Kerpisgadi. Ja. Ne. Normal. Kann wir auch wieder machen. Also Peking 97. Wett'n der ist Baujahr 97? Weil dann ist man mittlerweile ja sogar alt, ne? Ja. Heftig, oder? Das war 20. Das war ein alter Sack. Äh. So. Dieser. Let's go. Schönen Gold. On the Ray. Also gerade war er ja 10 Minuten durchgeklatsche. Also wenn diese Runde auch nicht so lange wird, schneide ich das einfach davor. Ja. Das ist ne gute Idee eigentlich. Und dann hast du das auch. Übrigens. Wir bedanken uns. Ganz ganz herzlich. An das schöne Essen und die Fußmassagen. Bei. Jones Barbecue und Food Massagen. Den und keinen anderen. Richtig. Denn wir haben eine E-Mail gekriegt von. Jones Barbecue und Food Massage. Dass wir ihn noch öfter ein bisschen öfter erwähnen sollen. Das hat in letzter Zeit etwas nachgelassen. Ja das stimmt. Er hat sich also zurecht beschwert. Muss man ihm neidlusten bestehen? Ja. Wir haben einfach nicht auf unseren Vertrag geachtet. Boah. Das tut uns wahnsinnig leid. Lieber Herrgott. Jones. Boah. Wo ich ja gerade bei Peter den Vertrag gekündigt hab und so. Ist das gerade so. Ich weiß auch nicht. Herrlich. Irgendwie. Ja. Hube hat jetzt keine Arbeit mehr. Er arbeitet jetzt Vollzeit für Jones Barbecue und Food Massagen. Nein. Der größte Barbecue und Food Massagen Imperium auf diesem Planeten. Das ein und einzige. Die es gerade nicht mitgekriegt haben. Nein. Nein. Ja nein. Stimmt. Hube ist bald nur noch Telefon Hure. Das ist korrekt. Da kann ich dir zustimmen. Weil ich das ja bei Peter auch war. Letztendlich. Zu 80 Prozent. Oh Minions. Kommt. Ich meine ich habe gerade eben sogar telefoniert. Wie Hannes bestätigen kann. Richtig. Für meine noch Arbeitgeber. Das ist so geil. Da hab ich noch was zu sagen. Das ist so geil. Wenn Pete's wie dem Ding jetzt angerufen wird. In Videos. Peter zum Beispiel so. Oh ich werd angerufen. Und dann ganz heiß im Hintergrund. Smits. Absolut geil. Christian fängt voll an sich kaputt zu lachen. Das geilste ist einfach. Ja der Maul. Aber das geilste ist einfach nur bei. Bei. Bei Jay. Telefon. Jonathan Apelt. Übrigens damit können wir auch gleich mal was ankündigen. Wir werden irgendwann. Also ich habe es. Ich habe es mir überlegt. Dass wir das machen könnten. Und zwar. Aber. Sehr sehr schön. Äh. Secret Hitler. Ja. Mit den Design Jungs zu spielen. Ähm. Wo du es erwähnst. Ich habe Yamato vorher mal angeschrieben. Und gesagt. Dass ich mal wieder Bock hätte auf irgendwie was. Ja. Äh. Und ja. Ich habe jetzt noch keine Antwort erhalten. Aber. Läuft. Ja. Perfekt. Ich glaube. Mit denen könnte das echt witzig werden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Zieht euch mal. Zieht euch mal gegenseitig. Ja. Ja. was gegen Magie verteidigung geholt. Ist der Matt der Junge? Was ist denn nur los? Ja. Der ist Matt Wurst. Alter. Guck mal Claire hier. Au. So ein Turm tut richtig weh am Anfang. Oh. Da ist der Junge wieder da. Wie er die Minions kitet. Lächerlich. Lächerlich. Ich rutsche da noch einmal rüberkommen. So. That's what a Kirby does, bitches. Oh. Da bin ich im Netz zu. So wird noch gedocht. So. So. Was hat er jetzt noch geholt dazu? Wahrscheinlich nix, ne? Ja. Äh. Die hat auch Schuhe. Level 1. Gut. Was hatten die Skadi eigentlich? Ach guck mal. Die spielt auf LoL. Ja. Auch sehr merkwürdig, ne? Ich glaub. Also entweder Asi oder die geht direkt auf King Siles, Junge. Ja. Dann haben wir im Lake-Game ein Boot. Also im Mid-Game. Ja. Das wird dann echt Nazi. Könnt ihr tatsächlich ja mal. Worden. LoL. Ist die beiden Waves einfach so fast gleichzeitig. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Sie hat Ulti angemacht. Ich weiß. Der Hund ist attackbar. Hat sie zurückgerufen. Äh komm mal her. Geiler Typ. Danke. Ich wollt grad sagen, die haben halt einfach mehr Life als vier. Deswegen sollten wir vorsichtig sein. So. Ich hab Ulti. Also wenn du eine Stun kannst, mach ich mal. So. Ich hab auch Ulti. Und logischerweise sollten wir gehen auf Skaday. Oh oh. Ich treff nicht. Alles cool. Ich bin Boltzibranen und hatte... Oh scheiße, der Kütter. Ja. Ich hab hier grad noch andere Probleme. Wui. Sonst zur Not krieg ich dich geultet. Alles gut. Alles gut. Der Kärpü da und der Hund ist tot. Alles klar. Alles gut. Hast du Meditation ab? Oder wann? Leider nein. 70. Ich hab's auch eingesetzt bevor du's eingesetzt hast. Ist die Low ey. Geht mir das auf den Klöterweg gerade. Ja. Alles gut. Nicht zu greedy werden. Nein nein nein. Oh oh. Oh oh. Was denn? Das war die Ult von Thanatos, die hat grad auf mich gepochert. Achso. Ich seh ihn aber nirgends fliegen. Das ist ja das Schöne anzmeilen. Höchst im Himmel, da fliegt irgendwas rum. In LOL geht das nicht. Ja? Ja nee, aber ich hab ja dieses Symbol, dass ich geonshotted werden würde, wenn er gefliegen wäre. Ich find's immer noch schade, dass du einfach die Dinger nicht aufnehmen kannst und dann im Spectator-Bodus nochmal angucken kannst. Ja, das müssen wir reinbringen. Aber ich hab ja mal nen Thread gelesen. Das geht, wenn du halt High Elo spielst und so weiter und so fort. Aber das wär halt einfach von den Servern, passt das nicht. Wenn das jeder könnte. Ja. Ist schade. Riot hat halt einfach God-Server scheinbar. Nee, Riot hat einfach nichts dagegen, wenn jemand dafür ein extra Programm entwickelt. Ja. Highrise auch nicht haben. Ja doch, hast du ja letztes Mal gesagt, dass die da ein Problem hatten, dass sie das mit der Schlittstelle nicht freigeben wollen. Gut, Schlittstelle, da hast du recht, ja. Ja. Mofos ey. So, bam. Ich hab die komplette Minion Rave einfach fast weg. Ich hab aber keinen Mana mehr, hab ich. Neu. Äh, Hubel, du solltest dich vielleicht selber mal ulten. Ja, ich will ja back, Alter. Ja, ja, alles gut. So. Das ist nicht, du nutzt dich geultet. Und der wächst das auch schon wieder mega low. Hol ihn dir. Oh, hat er gut gemacht. Oh, Ulti ist raus. Der kleine Spacken. Aber dafür. So, jetzt hätten wir Bock auf Skadi ey. Ja, warte eben, dann mach ich Dash Ulti. Ne, ich kann sie stunnen. So, on my way. Hinter uns übrigens. Oh, Tanathos. Geil. Das hat funktioniert, Alter. Ja. Scheiß auf Tanathos. Hätten wir auch noch geholt. Gar kein Problem. So, ich hab 2200. Kann ich mir Blutspiele leisten? Mal schnell gucken. Ja. 2250. Ein bisschen noch. Dann wartest du halt noch eine halbe Supernde hier. Oh, du kleiner Lapp. Ja, seine Rüstung ignorieren. Ne, das ist absolut heftig. Oh, Alter. Hat ja richtig gesehen. Nö. Ey, ich hab keinen Mana mehr. Alles klar. Okay. Oh. Ja, alles gut. Jetzt zur Not ulti ich dich. Ja, richtig. Retreat! Schön, wie die alles vorbei werfen. Ah, alles gut. Finde ich, finde ich sexy. Schön auch der... Ah, unser Jungler ist da. Guck mal. Ja, aber er hat dann Retreat gepinkt, ne? Ja, wahrscheinlich, weil er die jetzt alleine fertig macht. Ich meine, die bitte die... Oh, Quang. Komm auf die Lane. Bamto. Hier, guckst du sie an. Zack, 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 zack. Diesem Stund. Aber... Geht der durch, geht der durch, geht der durch? Ne. Oh, die Dots. Ah, schade. Das war aber schwach von ihm. Ich hätte echt erwartet, dass ihn einfach ulti. Vielleicht hat der Ulti grad nicht ab. Ich geh mal back. Und dann so'n Gang machen, weiß ich nicht. Mach mal. Wo ist die Skadi eigentlich? Äh... Oh, ja. Okay. Ich wollt's grad sagen, wenn sie die weggefickt haben, ist die weg. Oh, köstliches, köstliches Trinken. Versuch ich mal eben aufzumachen. Moment. Alter, wie dumm er ist, wenn sich nicht töten lässt. Moment. Wie dumm er halt einfach den scheiß Wolf nicht attackiert hat. Was ein Retard. Es ist immer noch Leute, die das nicht können, ne? Oh Gott, ey. Ja, ich bin ziemlich low, leider. Sonst geht back. Ich stell mich an die Tower. Okay. Ah. Der Auburn ist nicht so unbedingt stark, muss man leider sagen. Wo nicht mehr denn? Ja, scheiß drauf. So. So. Auf'n Weg. Jo. Alles gut. Der Kukulkan? Ne, der hat sich nicht den Buff geholt. Ich dachte, der kommt auch zur Hilfe. So, jetzt hab ich mal kurz Zeit, um die Flasche eben richtig wegzuwerfen. Der Kukulkan wird aber gerade hart gefistelt von dem Thanatos. Ja, machst du nichts. Und wenn ein Jungler kommt. Dann kommt der hart. Aber noch liegen wir in Führung. Ja, doppel soviel Kills. Statistisch gesehen sind wir quasi schon Sieger. Statistisch gesehen haben wir doppel so viele Kills. Wir sind also quasi schon Sieger. Sind, oh, die sind beide backreportet. Äh, V, F. Ne. Oh, lol. Hä, haben die jetzt... Die waren nur so weit weg, dass die... Aber sonst hast du die immer bis dahinten gesehen. Ja, ich hatte das Problem aber auch gerade. Lol. Oh, lol. Haben die jetzt so viele Items. Skadi haut ganz komisch. Und der Cappy noch viel komischer. Ich hab immer noch keine Schuhe. Ich hab auch nur Tier 1. Ich hab nicht mal welche. Ich bin quasi nackt. Aber ich bin ja auch ne Schlange. Ich brauch keine Schuhe. Ja, es wäre komisch mit... So ein einzelner Schuh. So am... Am Schwanz. Wenn man es den Schuhen nennen würde, ja. Hol ihn dir. Heiger. Ah, dieser kleine Wechser, ey. Hat er gut gemacht. Scheiße. Der Hund, der Hund, der Hund. Der Hund ist super schlecht. Der Hund ist weg. Leute, der hat nicht getroffen. Zum Kotzen, ey. Hat er gesagt. Hatten die Luck, du. Da sind die gut rausgekommen. Was heißt Luck? Die haben gut gespielt. Ihre Ultis gut eingesetzt. Was? Ich hab die Ulti ja, ne. Hm. Wird die auch nicht ne halbe Sekunde später zu finden dürfen, der Wechser. Jaaa, du mit einem Kreis, ey. Zeige. Ein Hit drauf weg. So, back, back, back. Ah ja, ist gut. Tana Schuss ist tot. Achso, okay. Oh, Quang hat den gerade weggemacht. Read. Das gefällt mir. Alter, die Minions, ne. So ne armen Schweinehunde. So. Das ist ja auch klug am Towerhagen. Ja, natürlich. Hat ein bisschen weh getan, aber hoffentlich worsted. Äh, 300 Gold, ne 200 Gold noch, dann kann ich mir Schuhe kaufen. Sauber. Ja. Ja, der Cappy braucht den wieder Hit zu sein, ne. Läuft wahrscheinlich durch den Jungle. Ist er? Ah, da ist er. Nein, es hat auch nicht... Ja, dann sein. Millimeter verfehlt, ey. Ach guck mal, ja, ich geh back. Oh, sweet. Ich hol mir eben Schuhe. Skadi geht ja auch back. Skadi geht auch back, ja. Ja. Ja, komm hol uns Ninja Tapis. So, und dann holen wir uns Raserei. Let's go. Sterbet, alle sterbet. Hey. Oh. Let's go. Oh, der Tandalf ist aber echt super knapp davon gekommen, der low. Schau. Nix. Alles klar. Ist ja gerade Tank Battle. So ein bisschen. Hä, hat die schon wieder der Spasti? Was ist denn los bei ihm? Hast du ihn schon wieder eingesetzt, oder was? Äh, ja, er hat irgendwie ein Skill sehr schnell hintereinander eingesetzt. Ach so, ich dachte, das ist ein Ulti. Ne, ne, pass auf, Skadi. Ja, aber auch Quang auch. Okay, dann zerfickt sie einfach. War der Plan, aber ich komm nicht ran. Scheiße. Ja, ich mach das XP-Kampf hier. Oh, ist die low. Ja. Ich bin am Tower. Kerpi kommt, glaub ich, zu euch. So soll er doch. Don't give a fuck. Nehm jetzt dieses. Hat sie sich eigentlich jetzt geholt? Ja, Assi. Oh, scheiße. Back. So, friss das, du kleines Luder. Oh Gott. Ha. Ich hab mein Ulti eingesetzt. Was zum... Ah, lol. Leck. Hast du. Rächelt mich. Boah. Verpiss dich am besten. Alter, die Heelings von ihm. Ha. 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 Ho. Und fliegt der Boah, Junge. Alle weggemacht. Einfach alle weggemacht. Geiler Typ. Lass man dann ja auch mal payen. Alter, Junge. Boah, scheiße. Meine Ulti. Ich hab... Alter, wie krass ich mich durch die Blutschmiede hochgehielt hab. Ne Haare. Wie Knitter, ey. Sehr, sehr geil. Ja, dann war mein Tod worth it. Danke dir. Dann war das absolut... Wenn wir jetzt... Trinken würden, ne? Dann würdest du dich ganz schön viel trinken. Vor allen Dingen die anderen drei in unserem Team ist ich jetzt erst. Es ist ein Clan. Da kommen die drei zusammen. Junge, Alter. Wie ich den gerade weggebombt hab, Alter. Da gab's ja... Der war ja erst jenseits von gut und böse. Oh, ich bin auf dem Weg. Oh, Dodging-Skills des Todes. Hannes hat heute seinen Streak, ey. Stolz auf den Ball. Ja, weil wir lange nicht gespielt haben. Weil ich jetzt einfach wieder vorsichtiger spiele. Und weil wir aufnehmen. Ja... Wir spielen immer besser, wenn wir aufnehmen. Es gibt gar keine schlechten Spiele, wenn wir aufnehmen. Und wenn doch, dann ist auf einmal die Aufnahme kaputt. Naja, das ist so pauschal auch nicht richtig. Wir laden schon auf Sachen hoch, wo wir verlieren. Ja... Gestern hatten wir auch eine, die konnten wir leider nicht aufnehmen. Da sind wir am Anfang absolut negativ gegangen. Ja, dann haben wir echt noch zerfickt. Ja, und dann haben wir die einfach weggemacht. Hinter uns Kerpi. Ja, aber verpisst dich schon. Guck mal, wenn ich jetzt das andere noch hochladde, ne? Sind wir gerade mal bei 23 Minuten. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kleiner Lappen. Alter, wie viel Schaden ich hier mache. Heftig, ne? Wahnsinn. I don't give a day. Ja, aber das ist halt einfach, weil dieser dumme Spasti sich nichts gegen sich geholt hat. Und der baut schon wieder Magieresistenz. Oder halt halb. Nur physisch. Absolut retarded, ey. Ich versteh ihn auch nicht. Vorher ich hab gerade mit meiner Hul... Kommen sie dir. Ja. And she's gone. Kein Mana mehr. Ich geh mal weg. Absolut zerfickung. Ja, lass den Tower noch anhitten, solange du Spasti. Achso. Hat sich richtig gelohnt. Ja. Ja, okay. Mach halt weiter. Bin schon wieder rausgegangen. Schon wieder aufgehört zu attacken. Oh. Verdammt. Ja, guck mal. Alter! Wie war das damit? Der Haukwang ist, glaub ich, nicht so gut. Wie er kassiert, ne? Heftig. Er hätte nicht Premium geplayt, aber der Damage ist aus der Hölle. Alter, wie viele Gegner hier gewinnen. Boah! Tschüss! Er hat einfach weggesniped. Ich komm nicht hinterher. Egal. Ich geh jetzt weg. Ich wollte dich gerade meditazieren, aber dann geh ich verpiss dich. Ja, ich hab 2300 Gold. Ja, okay. Das lohnt. Und ich meine, gut, vielleicht kann ich mir auch Raserei Instant holen. Verlinkt, wie er jetzt hier bei uns ist auf der Lane, der gegnerische Raab. Und mit Lane einfach komplett verachtet hat. Also, äh, nicht verachtet hat. So. Bedusa ist ja eigentlich auch nicht so mein Champion, wenn man auf die Stats guckt, ne? Liegt mir eigentlich gar nicht so. Friss die Dots, du Ho! Ich bin einfach nur unterwegs. Ui! Jo, he's fucking dead. Es ist nur ne Frage, wer ihn tötet. Schade. Jetzt hat der Augang seine Ult verschwendet. Ne, der Augang hat's nicht einfach, da wird Skadi nochmal geholt. Okay. Alles klar. Ja. Alter, Surrendern, Alter. Ich kann so ein bisschen sehen, was du willst. Ja, aber ich bin noch nicht full equipped. Ich darf nicht Surrendern. Ich weiß, bald bin ich fast nie full equipped. Einfach mal ab, aber... Eben. Was, unser Middle Tower? So ein Fick, ey. Ups. Okay. Kriegen wir den Phoenix auch noch? Äh, wenn wir uns weilen, ja. Ja, ja. Ah, ist der Capri. Ja, und? Hol ihn dir. Boah, Junge, Alter! Wie erschmilzt der Wein. Der denkt, der wundert sich gerade. Be- du bist doch Mage. Ja, ja. Oh, machen die so viel Schaden? Ist er auch, ist er auch. Du bist Mage, Alter. Oh, Männer. Oh, ein Stun und 10, ey. Hinter uns. Okay. Bam! Ich hab ihn mit meiner 3 weggekrittelt. Das ist belastend. Ich glaube, ich hab ihm 300 oder so reingedrückt. Geh mal weg, ey. Ich war schon fast 3000. Ich bin der Held. Ich geh ihr helfen und den Felix verteidigen. And he's gone. Nein, der hat mich angeguckt! War das dein Divine? Warte, 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 warte. Du schießt einfach mal 9, 0, 10, 0. Das ist ein Lixer, ne? Absoluter Spaß. Ja, guck mal. Kev schwiegt gerade. Ist weit. Ja, guck. Dann wartet er hoffentlich auf uns. Oder macht er eine kurze Arte. Verscheidig. Nein! Nein! Ich bin in seine Ulti reingescharscht. Kämpft, du bringst Unglück, verpiss dich. Okay, ich geh mal eine Pizza essen. Du Hurensohn. Ich mach hier mal Camps, weil ich's kann. Ich gucke mir einfach den Poison Dart, weil ich's ja kann. Übrigens, ganz kurz zu diesem Match. Gar kein Problem! Für mich! Ja, da ist Hannes tatsächlich sehr schützlich ausnahmsweise. Kev, die anderen haben gerade nach 10 Minuten surrendered. Instant. Direkt weg. So willst du deine Theorie. Wir werden das vielleicht noch Bunde brauchen. Ja. Aber jetzt werde ich das wohl separat hochladen, aber beide Folgen an einem Tag. Ah, schade. Ich hab ihn fast erwischt, aber halt nur fast. Der gegnerische Kirby ist der absolute Beste, den ich je gesehen hab. Oh, dann siehst du mal, was du an mir hast, du Wichser. Ja. Ah, jetzt holt er sich den Eagle, glaub ich. Fällt dieses Eagles oder so. Das hab ich schon geholt. Ja, aber das will er sich jetzt auch holen. Ha, abgeguckt. Ist auch so. Ich mach mal, ich mach mal Gold Fury. Alleine. Ja, ich hab auch gedacht, machst du die alleine, aber das Tank ist dann doch irgendwie doof. Du brauchst ja auch für 80 Stunden für Super-Minions. Na eben. So, die scheißen gerade auf ihren Phoenix, ne? Die denken sich, nö, verteidigen braucht man nicht. Nein. Okay, jetzt kommen sie. Oh, lol. Oh, lol. Die mach ich noch. Die checken sich. Die sind absolut behindert, die Jungs. Was? Wieso was du willst? Ich war... Gubbel Katis bei der... bei der Gold Fury lang gerannt. Alter, wie du schon wieder da weggeholt hast, ey. Pass auf. Die laufen hier bei der... Die laufen wirklich an der Gold Fury, die haben mich gesehen. Und anstatt mich zu attacken, gehen die einfach weiter auf den Typen. Das tut geil. Nein, ich hab... Ich wollte das... Was hast du jetzt gemacht? Hast du deinen... Boah, jetzt sind die gerade wieder gekommen, ey. Was soll der Scheiß? Die sind auch nur am Phoenix hangen gerade, ey. Ja. Ja. Ja, hol sie dir. Digga. Ey, ich war grad mit dem Hund beschäftigt. Oh Gott, ich hab auf meinen falschen Knopf gedrückt. Alles gut, bin da. Bin da, bin da, bin da. Nice. Ey, Leute. Ich hab auch nochmal. Wieso stirbst du denn nicht? Alter. Ich... Weil ich... Dummer Mensch, hätte sich einfach töten lassen sollen. Ich musste eh weggehen. Oh nein. Erpisst dich von mir. Oh. Boah. Diese kleinen Lappen, Alter. Dann waren die irgendwie zu 40. Außerdem, du weißt doch, dass 20... Äh... Leute ohne ein Death Achievement hab ich auch schon. Ah. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, brauche ich ein bisschen was zum angreifen? Wie will ich diese V-Druck vielleicht? Naja. Es tut mir echt im Herzen weh, wenn ich seh, wie Skadi so vergewaltigt wird, ne? Ja, ein bisschen. Das stimmt. Auf... Nicht nur was die Spielweise oder die Zerrapung, was uns angeht, sondern auch die... Die Items. Ja, mein Herz blutet, wenn ich 06 bei Capri sehe. Ja. Ne, Capri. Leute, wir haben den Loki. Habe ich gar nicht mitgekriegt? Ja, ich auch nicht. Hat er Solo-Lade gespielt? Wahrscheinlich. Ich hab absolut zerberstet da. Ja. Ja. Wollen wir hier passen? Komm, hier machen wir. Okay. Machen wir. Gut. Los Titanos? Ja. Ja. Lávate las manos. Feuerriese. So. Ja. Was heißt denn das auf... Spanisch. Svenes. Español. Du willst jetzt nicht von mir zerbissen. Warte, lass Bach holen. Das Feuerriese auf Spanisch scheiße. Warte, ne. Fuego... Grande. Ich mein, du... Ich mein, du kennst ja auch Dingens. Lucha, lucha, lucha. Ja. Wir machen den Solo, Alter. Ist einfach mal entschieden. So. Ah, das ist nett. Lass mal raus. Sauber. Ja, geil. So, ich mach noch das XP-Cam. Ja. Ich geh mal weg. Du hast den Winke pflanzt, dann kann ich noch mal eins pflanzen. Oh, ich glaub der kriegt jetzt irgendwie aufs Maul, unser Dude. Nee, 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 ich bin schon unterwegs. Sim rennt jetzt zu unserem Team. Das heißt, sie werden absolut geraped. Ups. Ah, Alter. Okay, ich glaub das war's. D-Side gleich? Nee. Oh, komm mal. Den Red Buff nehm ich mir noch mit. Oh, unser Tower. Ich geh da mal hin. Ich geh mal ein bisschen in die Way. Just tank things. Just tank things. Ja. Okay, das tut ein bisschen zu sehr weh. Ja, es ist hart, ne? Also das Match ist echt krass. Eskalierst, Junge. Genauso wie ich dich im nächsten Match sehen. Oder besser. Das kommt wirklich nicht. Even better. Even better, still better, much better. Many times better. Ja. Ah, der Tank schön am Splitpushen. So gehört sich das. Oh, da ist Skadi und... RAH! Oh, Loll, Alter. Junge, Junge, Junge. Der hat mir mal gegeben. Hat er in den Ult gezischt oder was? Nee, das war seine Kuh. Das ist eine Eins. Hat er gerade geused, Alter. Ein Fünftel. Ein Fünftel meines Lebens einfach weg. Egal, ich habe ja auch nichts gegen Resist oder so. So, ich bin Level 20. Oh, guck mal! What you want it hot! Oh, Loll. Na schon wieder. Lass er ja sich einfach töten, du behinderter Mensch. Dann halt nicht. Wird dich nie wieder ulten. Wie du dich hochheißen. Ja, deswegen. Belastend, ey. Alter Schwede. Nein, daneben! Ich habe ihn gecatcht. Wieder, nur eine Frage, wer ihn töte. Alter, ein Triple Kischer wieder. Du verdammtes Stück Kot. Ich geh mal back. Ich will wenigstens einmal full equipped sein in diesem Spiel. Dieses Ziel ist nicht weit entfernt. Ja doch, mir fehlt jetzt noch ein Item. Ich brauche halt nichts gegen Penetration, Alter. Nee, wirklich nicht. Wir holen gleich noch Arglis und dann gib ihm, ey. Jetzt fällt halt auch Phoenix after Phoenix, ne. Belastend. Das war's. 15-2, kann man mal machen. Ah, Alter. Aber weißt du? Weißt du warum? Guck mal, was ich in meinem Inventar habe. Deinen Trank? Ja. Ich habe still meinen OP-Trank. Ich meine, ohne Scheiß, dass die dich vorher aufgegeben haben, der Schild 40 zuzuwirken. Ja, Props, Alter. Das ist hart. Harte Penetration in deren Ahnüsse. So ziemlich. Hashtag Boosted Pizza. Ja gut, jetzt sind ich halt mega da am Hacken, ne. Egal, warte, ich geh noch mal rein. Boah. Auf'n Panther würde ich mich ja jetzt schon einen abkeulen, ne. Ohne Scheiß. Schon ziemlich, ja. Was ist da los hier drin? Oh Gott. Ja jetzt, jetzt ist halt ein bisschen... Oh Leute. Ja komm her, komm her, komm her, komm her. Ich hol dir dich. Ja. Keiner taggt mich weiter. Ah jetzt. So. Da hat der Zünden kurz reingehauen. Das... Ich... Tschüss. Hat er sich immun gemacht? Wie das? Ne, er hat mich geslowed. Ja, aber da stand bei mir immun auf meine Tics. Weiß ich nicht. Lass wir den Ding jetzt machen. Fair giant. Du meinst den hier? Ja. Ja. Ja, das ist halt einfach diesen zu nah an der Base. Ist klar, dass du meine Ulti nicht alle zwei Sekunden machen… Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alles gut. Ich hab kein live gekriegt von die alle One-Hit-Bahn. Woher neben, wenn die nicht stehlen? Ja, die Minions machen wohl den Rest für euch. Ihr geht halt einfach an mir vorbei, ne? Die kleine Nutte, verpiss dich nicht so schnell. Er verfolgt dich, geh. Einfach geh, Hannes, geh. Okay, jetzt wird getänzt. Boah! Warum hat der denn plötzlich live bekommen? Ja! Ja, geh, geh, geh! Nein! Scheiße! Ja, aber der war noch geil. So, ich brauch nur 1500 km. Kann man so lange noch live lassen? Bin ich fully equipped, einmal! Jetzt ist ja nichts zu trinken hier. Ich muss mir gleich erstmal von da hinten wieder was holen. Unsere Tower steht halt einfach noch komplett, ne? Völlig egal. Absolut heftig. Naja, schöne Runde. Ja! Sehr, sehr sweet. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lass es euch ja gut gehen. Tschau!